Wie hat es dir bei unserem Seminar eine Wecke, deine Hellsinn, gefallen? Ich bin ganz erfüllt und begeistert von diesem Seminar. Erstens einmal die äußere Form, die Praxis ist wunderschön und warm gestaltet, sehr speziell. Asana und Isha sind einfach so liebevolle Lehrer, so wie Papa und Mama, symbolisch. Die Meditationen sind wunderschön. Es ist auch so aufgebaut, dass viel Abwechslung ist. Also einerseits Meditation und dann wieder Theorie, dann wieder Fragerunde. Also wirklich sehr schön abgerundet und sehr viel gelernt und sehr viel Übungen und kann sehr viel mit heimnehmen. Dankeschön. Danke. 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 Danke.